I prosecute my posture, I stand up and I stand by your work I am a freedom fighter, the name that his story wrote And even through disaster, I help the tiger for hope Hey, was geht ab YouTube, mein Name ist Robes Und ich darf ihn wieder recht herzlich hier auf meinem Kanal begrüßen Und ja, ich weiß, es ist schon wieder ziemlich, ziemlich lange Zeit vergangen Seitdem ich mal wieder was auf meinem Kanal gebracht habe Ich kann euch auch nicht genau im Detail sagen, wie es jetzt weiterlaufen wird Weil, keine Ahnung, COD motiviert mich gerade nicht mehr so in dem Fall Ich bin gerade eher der LOL-Gamer und ich weiß, es ist ziemlich komisch für meinen Kanal Weil ich habe auch ehrlich gesagt keinen Bock, irgendwelche anderen Spiele auf meinem Kanal zu bringen Wahrscheinlich werde ich die Vlogs auch noch runternehmen, weil ich finde, das passt nicht auf meinen Kanal Ich war ein COD-YouTuber und ich werde das auch irgendwie weitermachen Allerdings ist die Frage, wann und wie, weil ich zock gerade allgemein extrem viel LOL Natürlich wird auch unten in der Videobeschreibung der Name stehen, wie ich auf LOL heiße Ihr könnt mich gerne mal adden und natürlich mit mir zocken Natürlich der, der Lust hat So, wie das jetzt mit meinem Kanal weiterlaufen wird, habe ich keine Ahnung Weil das letzte Video ist jetzt schon zwei Monate her Und ich weiß nicht, irgendwie bockt mir das gerade nicht so in Videos zu machen Oder allgemein Call of Duty zu zocken Weil ich bin ja, wie gesagt, jetzt gerade am LOL zocken Und, keine Ahnung, COD hat für mich irgendwie nicht mehr den Reiz Und jetzt werde ich mal sehen, wie das mit meinem YouTube-Channel weiterläuft So lange wird wahrscheinlich erstmal nichts mehr kommen Ich weiß nicht genau, was kommen wird danach Ja, das soll es auch mal wieder gewesen sein Im Hintergrund wird vielleicht eine ganz, ganz kurze FFA-Runde kommen Und ja, wie gesagt, das soll es gewesen sein Haut da rein, kauft da ein Peace out Outro 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 Outro